Hallo, hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft-Freunde. Ich bin's, eure Lieblings-Kakerlake, die kleine, süße Easy. Freunde, ich hab gemerkt, dass die anderen mir so ein bisschen was verheimlichen auf dem Server und dass sie irgendwie so ein bisschen ihr eigenes Ding machen. Dass in der letzten Folge bei mir auch noch ein Einbruch stattgefunden hat und die alle in mein Haus gegangen sind, das hat meine, ja, meine Befürchtung noch bestärkt. Und dementsprechend habe ich heute vor, meine Freunde ein bisschen auszuspionieren als kleine, süße Kakerlake. Fangen wir doch direkt mal damit an. Auf dem Server sind gerade Elina, Ben und Gambo. Und die drei haben sich vielleicht ein wenig gegen mich versporen. Außer Elina wahrscheinlich. Und Gambo ist eigentlich auch auf meiner Seite. Also wahrscheinlich nur Ben. Der baut auch gerade seinen Stacheldrahtzaun hier wieder auf. Die Frage ist, wo sind sie alle? Schauen wir uns mal um. Oh, da vorne. Schauen wir mal durchs Fenster rein. Die stehen einfach nur rum. Moin. Ja, moini. Moin. Elina, wollen wir uns einen Prank machen? Prank machen? Ähm. Was für ein Prank? Also wir müssen ein zweites Stinktier halt suchen, ne? Was machen die? Stinktier. Okay. Wen wollen die Prank? Wo findet man die? In Wäldern. In Wäldern? Doch nicht mich, oder? Check. Vorsicht, Vorsicht. Da sind sie. Ach, warte, ich brauche noch eine Ausrüstung. Ich bin komplett nackig. Ben. Ben, 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 Ben. Ich habe hier einen Eindrängling. Das ist Gabo. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Schnell weg. 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 Ich würde ihn gerne weghauen, ne? Eigentlich. Wir wurden verwandt. Nein, 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 nein. Ich habe 33 Hände. Ich durfte mich nicht töten. Oh mein Gott, er ist so schnell. Ich bin gar nicht hinterhergekommen. Wie er Schaden bekommen hat. Jetzt ist er auch in der Rot. Er ist ein Fan. Aber er kriegt Schaden weiter. Das ist doch Sonne. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die hat mich beinahe gekillt. Aber sie wissen zum Glück nicht mehr. Ich bin... Oh mein Gott. Na, das gleich hier lang. Oh mein Gott, ich denke, ich habe noch gar nicht dabei. Ich habe keine Ausrüstung dabei. Die wollen sie da immer ohne Ausrüstung rum. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei, Freunde. Wir können die noch. Ach so, ach so. Okay, okay, was essen. Und jetzt müssen wir aber schnell hinterher. Wir sind wieder eine Kakerlake. Und die anderen sind gerade hinten zu Elina wieder gegangen. Ah, ich weiß nicht, ob ich hier so einfach runterkomme. Da vorne sehe ich einen Namen. Das scheint Elina zu sein. Aber sie hat halt auch echt gute Augen, dass sie mich einfach direkt gesehen hat. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Habe ich wieder gesehen. Aber die denken einfach, ich wäre kampio, weil der auch gerade absäuer ist. Freunde, wir müssen jetzt wirklich schnell hinterher. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen besser werden und unsere Spuren besser verwischen. Am besten, wir halten einfach ein bisschen mehr Abstand. Da unten sind sie. Elina und Ben. Aber wen wollen sie pranken? Das ist doch echt eine Frechheit. Einen wollen sie pranken. Aber wen von uns? Okay, wir sind ein Enderman. Enderman haben richtig viel Leben. Das heißt, Ben kann mich so auch nicht töten. Ich will nämlich nicht meine 33 Level verlieren. Ich habe kaum noch Essen. Sie es merken, wenn ihnen ein Enderman folgt? Am besten, ich folge ihnen nicht direkt, sondern ich halte ein bisschen Abstand. Ich habe kein Essen mehr, Leute. Wir sind so schlecht vorbereitet. Okay, ich habe die beiden scheinbar gerade verloren. Das ist aber nicht schlimm, weil die suchen einfach nur ein Stinktier und die kommen danach wieder zurück, um den Prank zu machen. Und da erwarten wir sie. Ich bin so hungrig, Freunde. Aber wir sind zu Hause und wir besorgen uns jetzt erstmal was zu essen. Und anschließend gucken wir, was Ben und Elina noch machen. Aber erstmal will ich was essen. Und wissen, was die für einen gemeinen Prank vorhaben. Vor allem an wem. Eigentlich hatte ich für heute geplant, dass wir den Zoo eröffnen. Aber ich glaube, wir werden das alles einfach nur vorbereiten. Ich zeige euch das Ganze. Und morgen oder halt im nächsten Video von Minecraft-Freunde werden wir den Zoo dann eröffnen. Denn heute möchte ich mich wirklich mal damit beschäftigen, was die anderen hier so vorhaben. Warte mal. Elina. Warum ruft sie mich? Oh nein, ich muss mich anjürgen. Elina? Ja? Deine Hexenschwester ist da. Ich bin auch da. Hast du mich gehört oder was? Ich habe deinen Namen da oben gesehen und ein bisschen dich gehört. Oh ja, ich stelle doch eine Stunde da oben rum. Ach so. Ja, ja. Ich war gerade unterwegs, guck mal. Ah, du warst unterwegs? Oh, ein Frosch. Nein. Ich habe einen Frosch geholt. Nein. Ist das cool. Wow. Oh ja. Habt ihr nur einen Frosch geholt oder habt ihr was anderes geholt? Ähm, ja, Ben hat noch ein Stinktier geholt. Also habe ich doch richtig gehört. Ich habe euch vorhin belauscht. Was? Ich war das. Ich war die Kakerlake. Also, Ben hat dich hören. Du warst die Kakerlake. Das war gar nicht Gambo. Nee, das war ich. Ich dachte, ihr wollt mir ein Stinktier ins Haus machen. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Denn ist das nicht für mich das Stinktier? Für wen ist es dann? Oh, das Stinktier ist aus geheimen Gründen. Ah, Elina, ich habe gehört. Es ist nicht gegen dich. Es ist nicht gegen dich. Es ist ja nur ein kleiner Bitch. Ich bin nur noch raus. Ein kleines bisschen. Was macht ihr denn damit? Ihr wollt ja zwei Stinktiere haben. Was passiert damit? Oh, wozu zwei? Also ehrlich gesagt hat Ben den Prank nicht aufgelöst für mich. Er wollte halt einfach nur Stinktiere haben. Ach so. Mehr weiß ich auch nicht. Hat er jetzt eins oder zwei? Ich glaube, er hat zwei. Wow. Und dann will er die bestimmt vermehren und macht tausend Stinktiere und packt die in dein Haus? Nein, ich glaube nicht. Aber was wenn doch? Dann halten wir zusammen. Aber ich bin ja tierlief. Ich nehme jedes Tier hier auf. Auch Stinktiere. Ein bisschen lüften müssen wir denn. Ja, ja. Ich habe ja auch ein großes Fenster. Kann ich das Stinktier sehen, Elina? Ich will unbedingt mal sehen, wie das aussieht. Ja, aber pass auf. Das stinkt jeden an. Jeder. Echt? Ich sag's dir. Oh mein Gott, das wird so witzig. Auch Milch hat es schon angestunken. Zwei Hexen kommen zu Besuch. Ups, Entschuldigung. Oh mein Gott. Da stinkt es schon. Ist das süß. Oh mein Gott. Oh, wo habt ihr die her? Wir haben so lange gesucht. Ohne Witz. Wir haben zu zweit. Deswegen waren wir die ganze Zeit weg. Wir haben so lange gesucht. Und wo habt ihr die? Im Wald findet man die. Im Wald findet man die. Ja, im normalen, normalo Wald. Ist ja nice. Die sind ja cool. Oh mein Gott, jetzt will ich auch ein Stinktier für ein Zoo haben. Ich geh mir auch nicht besorgen. Ja, Ben hatte sogar zwei gefunden, aber er hatte keine Leine dabei. Kannst du mir sagen, in welche Richtung? Weil dann würde ich da mal hingehen. Also wir sind in die Richtung auf jeden Fall gegangen. Okay. Guck auf meine Nasenspitze da. Auf meine Warze da zeigt. Wo die Warze hin zeigt. Oh ja. Okay, gut. Danke dir. Na gut, Hexenschwestern. Immerhin haben wir jetzt festgestellt, dass der Prank nicht für uns ist. Da bin ich schon mal beruhigt. Ich weiß nicht, für wen der Prank ist, aber das werden wir vielleicht noch herausfinden. Spätestens am Geruch merken wir es ja. Wir brauchen auf jeden Fall neue Zootiere und eigentlich hätte ich gerne ein Stinktier, aber ich habe gerade diesen klitschnassen Wolf hier gesehen. Komm her, kleiner Wolf. Ich bring dich ins Trockene. Da sind wir auch schon zu Hause. Hier ist der Zoo. Da kommst du irgendwann hin. Aber, Alter, was hat da gerade so geschrien, Junge? Wie klang das? Als wenn jemand stirbt. Aber du kommst jetzt erstmal hier runter in dieses Zimmer und darfst Spaghetti kennenlernen. Ich hole dir mal einen Knochen. Hier haben wir ein paar Knochen für den kleinen Hund. Lass dir schmecken. Und jetzt darfst du hier wohnen. Spaghetti, wollt ihr euch mal beschnüffeln? Ich setze dir mal hier hin. Ich glaube, das ist ein Mädchen. Ich hoffe, ihr versteht euch gut. Aber ich würde jetzt echt gerne noch andere Zootiere finden. Hier haben wir zum Beispiel ein Pferd gefunden und ich finde, das sieht auch richtig cool aus mit diesen Flecken. Das nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Da oben sehe ich gerade sogar noch ein zweites Pferd. Und am besten, ich baue die beiden einfach erstmal hier ein. Sag, kleines Pferdchen, du kommst als erstes rein. Und du kommst ebenfalls erstmal hier rein. Tut mir leid, Vincent. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Pferd, geh doch mal raus. Oh mein Gott. Die müssen dich eigentlich in die Mitte stellen. Aber das andere Pferd hat gerade da gestanden. Okay, ihr seid beide am Leben. Erholt euch erstmal von dem Schock. Später nehme ich euch dann mit in den Easy Cheesy Zoo. Statt eines Stinktiers habe ich diesen fetten stinkenden Bären gefunden, der mich töten wollte. Schon mehrfach. Aber wir haben ihn bis hierhin gekriegt. Der ist noch am Leben. Und ich habe meine Leiden sogar wieder gefunden. Kleiner Bär, es ist nicht mehr weit. Außerdem wartet dein kleiner Bruder schon nach vorne. Du bekommst von mir sogar einen eigenen Zaun. Ganz weit hier hinten. Wir haben jetzt also ein paar Bären, die jetzt hier im Zoo leben können. Ein Stinktier haben wir leider noch nicht. Aber ich werde eine Ausschreibung machen. Und vielleicht meldet sich ja irgendjemand und besorgt mir eins. Hier hinten ist sogar ein freies Gehege. Und ich glaube, das wäre sogar Bären geeignet, weil die Mauern hier aus Stein sind. Also können die nicht so einfach ausbrechen. Bären sind nämlich ziemlich stark. Und außerdem läuft hier noch kein anderes Tier. Das heißt, es wäre eigentlich ideal, jetzt hier die Bären einzuquartieren. Das werde ich auf jeden Fall bis zur nächsten Folge von Minecraft. Freunde, vorbereiten. Und dann wird unser Zoo noch viel, viel größer sein, als er ohnehin schon ist. Dann werden wir hoffentlich auch den Zoo eröffnen. Ich bin schon mega gespannt. Lasst ein Like für diese Folge da. Das hier ist mega viel Aufwand. Ich kann euch mal meine Spielzeit zeigen. Spieldauer 5 Tage und 16 Minuten. Oder ich keine Ahnung. 5 Tage sind auf jeden Fall eine ganze Menge, Leute. Das sind über 100 Stunden, wenn ich richtig gerechnet habe. Die hier jetzt schon in Minecraft-Freunde stecken. Also lasst ein Like da. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und hasta la pasta.